Ich habe das Gefühl, es verfolgt mich. Hallo? Was ist das? Da steht was drin. Was ist das? 22. August. Ich habe etwas in meinem Garten gefunden. Er bewegt sich. So, ich nehme jetzt mal einen mit ins Haus. Boah, ist ja schwer. Und schau mir das genauer an. Wahnsinn! Das ist ja aufgebaut wie ein Computer. Nur mit ganz vielen Kabeln, Sensoren, Motoren und einer Farbkamera mit Live-Übertragung. Wie man das wohl nutzen kann? Vielen Dank für die Aktivierung. Das Technologiezentrum Sharper Image aus San Francisco Valley, Kalifornien, hat mir heute wichtige Dokumente und Anleitungen zukommen lassen. Anscheinend handelt es sich hier um eine intergalaktische Servicekraft. Alles, was der Roboter hört und sieht, wird auf diesem großen Farbdisplay übertragen. Mit Hilfe der drei Tasten links könnt ihr eure Stimme auf den Roboter übertragen. Einmal eine normale Standard-Roboter-Stimme, einmal eine Darth Vader-Stimme oder eine Standard-Menschliche Stimme. Es ist möglich, über weite Entfernung durch die Räume zu fahren, ohne dass man anwesend ist. Man sieht und hört und kann sprechen. Was Besseres gibt es doch gar nicht. Man kann auch im Dunklen fahren, dank des riesen Scheinwerfers. Jetzt befindet sich RoboScout im Autonome-Modus. Er scannt die Umgebung ab, umgeht Hindernisse, entschuldigt sich jedes Mal, wenn er etwas anrempelt, sucht Menschen, schaut denen in die Augen und fängt an zu sprechen. Also ein richtig feiner Kerl. Im Display sehe ich, was er sieht, aber ich steuere ihn nicht. Komm her! Ja, komm her! Hey! Hi! Yo! What happened? Nothing! Auf diesem Pad steuert ihr die Beine. Auf diesem Pad die Kopfkamera, den Körper, die Arme und Hände. Es gibt verschiedene Modinen. Den Remote, Monitor, Autonom, Servier- und Begrüßungsmodus. Des Weiteren kann man den Roboterscheinwerfer ein- und ausschalten, die Helligkeit einpassen, das LCD-Display einstellen und die Lautstärke. I think I'm right. China is good. Where are you, my best friend? I come from Germany. You're my best friend. Oh, thank you!